Ja, ok. Der hat einen Platz in der Tür und der andere liegt noch. Lass ihn rauskommen, wir müssen wieder rauskommen. Der Tür, oh man, der ist geclitcht! Wie kann ich mir so scheiße sagen? Der war in dem Ding drin. Ich wusste, dass er da ist und der war geclitcht. Oh, was ein dummer.